Sie fliegen und treiben im Witt, als ob sie nicht wüssten, wo sie zu Hause sind. Sie fliegen und treiben über Wasser und Sand. So treiben auch Menschen zielos dahin und suchen vergeblich nach einem Sinn. Das Ziel ihres Lebens ist ihnen unbegleit. Das Ziel ihres Lebens ist ihnen unbegleit. Sie hungern nach Liebe und weinen allein, enttäuscht und zerschlagen, ziehen sie sich dann zurück. Das Ziel ihres Lebens ist ihnen unbegleit. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Wie sollen wir leben, wer zeigt uns den Sinn? Wer hat eine Antwort auf die Fragen der Zeit? Die Zukunft ist dunkel, sie lässt uns nicht los. Wohin treibt die Erde, die Sorgen sind los? Wir suchen den Ausblick, doch der Weg ist so weit. Doch Gott hält für uns eine Wohnung bereit. Wer gibt uns ein Zuhause schon in dieser Zeit? Denn er ist die Land, wo die Leute nachgeht. Dort wird unsere Sehnsucht gesteht.